Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück zu Dreamfall Chapters. So, wir sind in der letzten Runde, wo ich nachsynchronisieren muss und jetzt gucken wir uns hier erstmal in dieser Bibliothek oder was auch immer das sein soll um. Es sind lauter Bücher, hier ist wieder so ein Wizard-Statuer. Die Necromancer-König haben seine Kopf verloren. Ich weiß nicht, warum sie alle entfernt wurden. Was ist denn das? Ja, ein bisschen Dark, wa? Oh ne, sind das von den Magischen irgendwelche Köpfe? Ich hoffe nicht. Okay, was haben wir hier noch? Hier ist wieder die Stato. Der Necromancer muss sie gemacht haben, als er das Islande regelt hat. Ein 1000 Jahre vor. Warum haben sie einen anatomischen Chart gebraucht? Was macht der Administrator damit? Warum haben sie einen anatomischen Chart gebraucht? Haben die die hier irgendwie zitiert oder was? Was macht der Administrator damit? Boah, ist das heftig. Was haben wir hier? Eine Kette hier. Es ist eine Kette, die traditionelllich von einer Freundin gebraucht hat. Es signifiziert, dass sie eine Standung in den sechs Zirkeln von Sadir. Okay. Diese Kette hat sechs Sonnen und sechs Möne. Die hat den Administrator Zugang und Zugang in der inneren Zirkel. Das ist eine sehr schrecklich senior Position für eine ordentliche Freundin. Ja, nehmt mit, Kian. Gönn dir. Die braucht es doch nicht mehr. Okay, hier haben wir auch noch eine Statue. Das sieht aus wie so ein Mechanismus. Kann man bestimmt noch irgendwas mitmachen, ne? Okay, jetzt momentan zeigt er hier auf dem Schreibtisch. Hier haben wir irgendwelche Bilder. Ah, Kian's Heimat. Oh. Das machen wir, Kian. Oh, dann gucken wir die Aussicht. Boah. Au. Die können die Aussicht anfassen. Ja. Also sieht auch schön aus im Dunkeln. Hier ist es normal. Guck mal, ist wie so ein Wüstenstaat, ne? Okay. Der erste Bergenbuch, was ist das? Okay, wie so eine Bibel. Oh Gott, der Arme. Hatte der überhaupt eine Kindheit gehabt? So, und hier haben wir noch irgendwelche Schubladen. Da liegt noch ein Zettel. Okay. Den lasse ich erst mal liegen, nicht, da ich da irgendwas trigger, wenn ich den jetzt anfasse. Hier können wir auch antatschen. Touch mal die Berge an. Da ist eine straighte Droppe auf die Grunde. Ich konnte nicht durch hier rauskommen, selbst wenn ich keine andere Wahl hatte. Ach so, von wegen rausklettern, okay. So, dann mach mal eine Schublade auf, erstmal durchsuchen. Was haben wir da? Ein Wollknäuel. Gone. Der Administrator muss ein Knitter von Socken und Schrauben sein. Das spricht in ihrer favorit. Okay. Kian kennt sich damit aus. Na, wenn du das sagst, Kian. So, da haben wir auch noch ein Dokument. Und da drunten... Oh, da drunter ist zu. Hat sich die Quest aktualisiert? Öffne die verschlossene Schublade, okay. Gucken, wie wir das hinbekommen. Erstmal hier, Text lesen jetzt. Okay, was haben wir denn da? Okay, die haben ja irgendwelche Tests mit denen gemacht, anscheinend. Es ist ein offizielles Dokument. Erdreht zu dem Administrator. Können wir nehmen. Was macht er jetzt? Kian. Was ist das? Ein Riegel. Okay. Aber warte mal, da ist doch noch das andere Dokument da. Kommen wir da noch ran, ja. Lest ihr das erstmal nochmal durch? Es ist ein Buch, der dem Administrator. Die letzte Runde der Testungen überrascht unsere leuchtendsten Erwartungen, confirming initial theories. The Dolmari Plague has successfully been triggered in a seven-year-old Zidling. The creature survived three days before succumbing to fever and bleeding rashes. It died in blessed agony. The disease has not yet settled in an adult Zid, or plague-resistant Dolmari. Further mutations are required before we can move on to the next phase. What in Shattelzion. Was haben die denn hier mit denen gemacht, Alter? Umbrella Corporation, oder was? Okay, dann machen wir einen Riegel. Zack, ist offen. Schublade. Was haben wir da? Ach, den Steinkopf vom Wizard. Vom Necromancer. Ich sag immer Wizard, ne? Wunderschön. So, dann mach mal wieder alles zu hier. Können wir das irgendwie wieder so herrichten, als wären wir nie da gewesen wären? Irgendwie nicht. Okay, dann lassen wir das halt so. Hm. Na gut, Kiel. Dann mach mal Kopf rauf, oder? Das ist wahrscheinlich zu einer der Statuen hier. Hm. Wunderschön. Pack mal rauf, da. Ah. Okay, und jetzt können wir die wahrscheinlich drehen, ne? Gucken, was sich tut jetzt. Äh, gar nix? In die andere Richtung vielleicht? Oh. Ah. Ach, guck mal, das Fenster ist grad zugegangen. Alter. Was denn das? Was haben die denn gemacht mit den Leuten hier? Wirklich, Umbrella Corporation. Das ist Wahnsinn. Irgendwelche Experimente anscheinend. Genmanipulation oder irgendwie sowas. Okay, dann dreh mal weiter. Mach bloß zu, das Ding. Es geht jetzt auf. Jetzt geht da eine Klappe auf. Okay, Vorsicht, Kiel. Was, na? Oh nein, Alter. Alter, wie krass. Alter, das muss doch auch so stinken hier dann eigentlich. Einfach hier in so eine Grube geworfen und Klappe zuhören. Alter, wie pervers die... Mach bloß zu, das Ding hier. Oh nee, das war die falsche Richtung. Jetzt geht der wieder auf. Ah. Komm mal. So. Was haben wir dahinter? Der Blick von Kieren. Verirrerin, Leiche? Bist du krank? Guck mal mit dem Blut, Alter, wie die aussieht. Verirrerin, Leiche? Ja, Mann, wir scheiß auf Verirrerin. Wir fragen mal nach der Leiche. Oh. Was machst du mit dem Körper? Was Körper? Oh, dieser Körper. Es ist nicht wirklich ein Körper. Es ist noch nicht жив. Also, technisch, es ist eine Person. Obwohl, eine Magicale. Also, nicht technisch eine Person. Eine Magicale? Ist das... Bip? Ist das Bip? Ist das, was diese Sache nenntet? Ich wusste, dass es dich wusste, also ich dachte, es wäre notwendig, zu arbeiten auf dieser Sache heute Abend. Lass ihn weg! Aber ich bin nicht... ...finished! Oh mein Gott. Ich habe immer so gedacht, zu treffen, aber in meinen Träumen habe ich niemals einen Räumen und du hast keine Kleine. Ich glaube, es ist wahr, was sie sagen, über die Träume zu kommen. Ja, ich würde forsch, Alter. Das ist völlig crazy. Okay, Bip, wer, was, wie? Ja, Mann, Angriff! Ah! Äh, Bip, oder? Keine Ahnung. Angriff wäre, glaube ich, jetzt nicht so gut, wenn sie gerade auf uns zielt. Das würde schlecht sein. Ja, sie ist ein Monster. Was? Ich glaube, sie war überraschend, zu sehen. Sie muss eine Erwanderung haben. Aber wie? Gott, sie ist ein innerer Kind, oder? Ja, Mann. Angriff wäre nicht so gut, glaube ich. Da sagt er auch gar nichts zu. Frag mal noch, Bip. Gott, sie ist ein innerer Kind. Lass den Mann gehen. Er ist harmlos. Aber das ist nicht wirklich wahr, ist es? Es kann heute ein Kind sein, aber bald wird es ein großer, bluerer Bruder sein, mit einem sehr großen Axt, um zu schrauben. Außerdem, das ist ein wichtiger Ziel. Das ist ein wichtiger Ziel. Ein sacred Ziel. Du bist ein Insane. Ein Insane. Aber du wirst nicht wissen, was wir hier machen, was wir hier haben. Und hier bin ich, die Hilfe der Apostel zu verstehen. Dieses Kamp ist eine Forschung, Kian, nicht eine Präsenz, nicht eine Todeskamp. Wir machen sehr wichtiges Arbeit. In den letzten fünf Jahren haben wir so viel Erfolg gemacht. Wir sind näher, als je früher zu produzieren, die Kure. Welche Kure? Die Kure. Für Magik, natürlich. Wir kreieren eine Skourge, um die Welt wegzunehmen. Wenn wir unsere Heilige Pläge entdecken, wird es wie Wildfire über alle Kontenzen spreaden. Menschen werden natürlich perfekt sicher sein, aber Magik, sie werden sterben. Jeder, jeden von ihnen. Du bist verrückt. Nein, nein, es ist perfekt sicher. Wir machen Wissenschaft hier, nicht Blackmagik. Wir sind sehr furcht. Du siehst, wir begonnen mit der Dolmari Pläge. Do Sie wissen, dass es so viele Dekäte hat, es hat fast die Dolmari in der Welt verletziert. Aber dann hat es verletziert, und die restlichen Dolmari wurde resistent zu der Krankheit. Eine reale Schade. Es würde uns viel Arbeit wenn es sie alle hat. Was wir tun, was wir tun, ist diese Pläge. Es hat nicht mehr nur Dolmari, es hat alle Dinge magisch. Menschen, Wäste, Insekten, Pläne. Alles, die von Magik verletzt wird, erratiert. Ich mag nicht schreien, aber es ist fiendisch clever. Alter, die wollen hier eine biologische Massenvernichtungswaffe herstellen. Die Pisser, ey. Und nur weil sie sagen, heilige Seuche, weißt du? rechtfertigen sie das wieder so von wegen ja, ich setze mal heilig davor und dann passt das schon. So heiliger Krieg, heilige Seuche, bla bla bla. Alter. Also, die Religion für sowas zu missbrauchen, das ist sowas von dermaßen falsch einfach. Naja, ich weiß nicht, es ist mega mies, was die hier machen, einfach nur. Gott, ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Sollen wir die jetzt ablenken? Angriff? Wer, warum? Ich meine, jetzt könnten wir sie, glaube ich, angreifen, wenn sie gerade die Waffe nach unten hat, aber eigentlich würde ich auch noch ein bisschen mehr erfahren wollen. Ich verstehe nicht, warum würde jemand das tun. Wer würde etwas so dämonisch und inhumane wer wissen wir ja eigentlich schon, warum wissen wir ja eigentlich auch. Vielleicht steckt aber ein anderer hinter. Ich weiß nicht, was soll man fragen jetzt? Angriff? Wer? Also, warum sie das machen wissen wir ja eigentlich, die wollen hier halt ausmerzen. Das Office of Scientific Progress, natürlich. Der Prophet hat es veröffentlicht. Die Sixen, die Sixen wissen nicht die Details, aber sie wissen, wir arbeiten auf eine Lösung zu dem Magical Problem. Sie schreien ein Blinde eye, aber ich mache diese Arbeit so, dass sie nicht müssen. Wir werden unsere Hände verbrechen für die Gottes, für die Empire, für die Zukunft der Humanität. Du kannst sehen das Licht in das, nicht, Kian? Du bist schweig. Was du machst hier ist schweig. Das ist die Schäuze Arbeit, Schäuze. Schweig. Was Magicals gemacht hat für uns, für unsere Nation, das war schweig. Die Dölmari von dir murdered meine Familie, verbringten unsere Farm zu der Boden. Meine Brüder und Schäuze, sie waren Kinder. Was haben sie gemacht, um das zu verdienen? Sie sterben in agony, schweig für unsere Eltern, während die beast einfach schweig. Und was sie gemacht hat mit mir . Wir machen das so, dass niemand durch das, was sie durchgeführt haben müssen. Jetzt hast du mich aufschraubt, Kian. Du solltest nicht das gemacht haben. Ich meine, ich bin derjenige, der die Schraube hält. Einen Schuss, und sie werden durch die Tür gehen. Natürlich, du wirst bereits tot. Du wirst... Liko! Jawohl, unser Held. Okay, die Waffe. Kian, greif sie dir! Nein! Slow Motion! Kian! Rette Liko! Oh, wie sie lacht. Okay, das war falsch. Muss ich schneller sein? Kian, nochmal! Liko! Komm, wir gehen Liko retten. Liko! Okay, so auch nicht. Ah, warte mal! Ich glaube, ich weiß wie. Hinter uns. Komm, dreh dich um, Kian. Dreh dich um. Die Statue. Nein! Oh! Ich hab in die falsche Richtung gedreht. Nochmal. Heldenhaft. Als wenn nie was passiert wär. Unser erster Try jetzt. Nein! Liko! Oh! Jawoll! Alter, die Beine. Ja! Die Klappe. Oh! Trag mich. Also, was ist hier passiert? Lange Geschichte. Kranke Scheiße geht hier ab, Liko. Ich erzähle dir später. Hilf mich! Oh Gott! Können wir die Klappe wieder zumachen? Ich schreien dich! Sieht, wie sie sehr schrecklich ist. Sie ist. Also, was hast du aufgeteilt? Aside von all die Stabbing? Oh. Frieren prisoners. Arming sie mit der Zadi Blades und Speers. Bläuchte Dinge. Sounds fun. Es war. Huh. Ist das Bib? Es ist. Er ist unvergabend, dank Gott. Ich war nur zu... Oh Gott, ich bin. Dann, dann, Dolmari. Was in Shadow's name ist passiert? Wo ist der Administrator? Down dort. Down? Geh mich aus hier. Licht schützt mich. Ich bin verletzt. Meine legge sind verletzt. Ich blöde! Willst du erklären, was passiert hier, Kian? Bitte, Mia. Bitte, dass du dich aufhörst. Ich serve die Gottes, gleich wie du. Der Administrator nicht. Okay. Aber wenn du mir nicht alles erzählst, und ich meine alles... Ich werde. Du möchtest, zu sitzen. Das wird lange dauern. Okay, krass. Alter, wie die da drinnen abgehen, ne? Was die gemacht haben, die Pisser. Ich die rot. Ich werde. Oh, ich werde. Das ist kein Cross. Ich werde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020